Schülerinnen und Schüler der 6b, herzlich willkommen zu meinem Kurzreferat zum Thema Nebelungenlied. Ich klicke mal auf den Präsentationsmodus, mal schauen, ob das jetzt funktioniert, genau, und ich klicke jetzt hier mal noch mal kurz auf die Referentenansicht. So, jetzt müsstet ihr hoffentlich meinen Bildschirm sehen, genau, und ich mache jetzt einen Mitschnitt über diese Kurzreferat. So, wenn man über das Nebelungenlied redet und über die zentralen Figuren, dann muss man ein paar Sachen wissen, und die Zusammenfassung möchte ich euch in den nächsten paar Minuten kurz mitteilen. Es geht natürlich im Nebelungenlied immer um, es kommen viele Figuren vor, es ist ein figurenreiches Epos, es geht drunter und drüber, aber es gibt natürlich ein paar zentrale Figuren. Und wenn man über das Nebelungenlied redet, dann redet man in erster Linie über Grimhild. Sie ist die zentrale Figur. Warum? Siegfried kann es nicht sein, der stirbt ja bei der Hälfte. Also, er ist natürlich der Held in der ersten Hälfte, aber Grimhild überlebt ihn um viele, viele Jahre, stirbt natürlich auch am Schluss, das wissen wir, aber sie ist die geheime Protagonistin von diesem gesamten Epos. Sie treibt die Handlung voran, Protagonistin, Vorantreiberin. Also sie ist die Hauptfigur und nicht Siegfried. Es ist eigentlich eine Geschichte über Frauen und sogar mächtige Frauen, über Königinnen. Natürlich gibt es eine Figur, die genauso lang lebt, auf der Bühne, also ungefähr genauso lang lebt. Das ist Hagen von Tronje. Er überlebt Grimhild sogar, weil er tötet sie ja. Und in dem Fall ist es allerdings Grimhild, die die Hauptfigur ist. Hagen ist nicht ganz so wichtig, weil es dreht sich eher um sie. Es gibt natürlich auch Gunther und Brünhild, das zweite Königspaar, im Vergleich zu Grimhild und Siegfried. Aber sie sind im Vergleich zu Grimhild, ich habe es ein bisschen kleiner gemacht, eigentlich eher im Hintergrund, sie sind ein bisschen Statisten, weil es dreht sich um diese mächtige Frau, um Grimhild. Das heißt, eigentlich müsste das Epos nicht Nibelungenlied heißen, so wie der Schatz, sondern es müsste Grimhildlied heißen. Es dreht sich ja um sie und es dreht sich um diese mächtige Frau und um ihre Liebe, um den Betrug, den sie erleben muss, den Mord an ihrem Ehemann und um diese ganzen Verschwörungen und natürlich im zweiten Teil um die Rache an den Mördern und an ihren eigenen Brüdern und natürlich an Hagen. So, aber welcher Männertypus kommt eigentlich vor? Wir haben zwei verschiedene Männertypen. Hier habe ich die Comics nochmal rauskopiert, es geht links Siegfried und rechts Hagen. Welcher Typus steckt aber dahinter? Und das sehen wir auf den Bildern, sie sind auch ganz unterschiedlich gezeichnet und dargestellt. Es geht um diese zwei Typen, die unterschiedlich sind. Der linke Siegfried ist, man kann sagen, auf jeden Fall klug. Er weiß seinen Körper zu benutzen, seine Waffen zu benutzen, aber auch seinen Kopf. Er durchschaut zwar nicht alles immer und jede Intrige, er wird manchmal auch ausgenutzt, aber im Wesentlichen ist er klug und er kann und er schafft, er ist kein Naivling. Rechts Hagen von Tonje genauso. Er ist auch klug, aber auf eine andere Art und Weise. Er ist vor allem auch durchtrieben und er ist im Gegensatz zu Siegfried auf eine hinterlistige Art und Weise klug. Siegfried ist vor allem geschickt. Er weiß mit Waffen umzugehen, er hat einen perfekten Körper, er ist der perfekte Athlet, er ist auch so dargestellt, muskulös und er kann mit Zauberwaffen umgehen, er kann mit Magie umgehen, er hat das perfekte Schwert und er ist in dieser Hinsicht quasi der perfekte Held, der Kriegsheld. Hagen nicht. Hagen wird weniger geschickt dargestellt, dafür ist er absolut loyal. Er ist der perfekte Diener sozusagen, er ist der perfekte Untergebene. Das Wort seines Herrn oder seiner Herrin, je nachdem, ist für ihn Gesetz. Siegfried ist zwar klug und geschickt, aber auf eine gewisse Art und Weise doch naiv. Also er wird von verschiedenen Mächten, von verschiedenen Leuten ausgenutzt, ohne dass er es merkt und Hagen nicht. Hagen ist berechnend. Er hat eine Taktik, der erfolgt und er durchschaut eigentlich alle anderen und er weiß da seinen besten Weg durchzufinden. Das Handlungsmotiv von Siegfried ist vor allem Hilfsbereitschaft. Er ist der perfekte Held, der anderen, seinem König Gunther oder anderen Leuten hilft und hier seine Macht, seine Kraft einsetzt. Das Handlungsmotiv von Hagen ist eigentlich Egoismus. Er ist auf seinen Vorteil bedacht und er schaut natürlich auf seine Könige, er ist loyal, aber im Grunde handelt er oft sehr, sehr egoistisch. Siegfried ist in die Zukunft gewandt. Er schaut immer, wie geht es weiter, welchen Krieg können wir noch gewinnen, lösen. Bei Hagen ist es eher in die Vergangenheit. Er schaut auf das zurück, was er schon hat. Er möchte das bewahren und er ist der Zweifler, eher der Bremser im Vergleich zu Siegfried. Und wir haben natürlich hier, wir wissen, wie es ausgeht, Siegfried und Grimmild diese echte, tiefe Liebe im Vergleich zu Gunther und Brünnhild, aber diese Liebe hat keine Zukunft, hat kein glückliches Ende. Ungefähr bei der Hälfte stirbt Siegfried und am Schluss des ganzen Epos haben eigentlich alle wesentlichen Figuren ihr Leben verloren und dieses Metzeln hat dann sein Ende. Auch Hagen wird natürlich von Grimmild ermordet und es geht für alle Figuren, auch für die Männer in erster Linie, natürlich auch für die Frauen, aber vor allem für die Männer geht es sehr schlecht aus. Es wird ein Negativbild gezeichnet, von was macht Intrige, Krieg, Hinterlist aus unserer Gesellschaft, aus den Mächtigen, am Schluss sind alle tot. Auch Grimmild, die zwar die zentrale Figur ist, aber die auch ihr Leben nicht schafft, weil sie in der zweiten Hälfte nur auf Rache aus ist und weil sie kein Happy End durchmacht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, das war das Wesentliche zur Figurenkonstellation im Nibelungenlied und die zentralen Figuren.